Moin Moin und herzlich willkommen liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen Magiker. Wir, das sind Zementente, also ich, der fliegende Frost Duck und der Themenladen. Nein, falsche Farbe. Nein, auch falsche Farbe. Achso, und wiederbeleben müssen wir dich auch noch. Da kommen Gegner. Da kommen Gegner. Wir haben was falsch gemacht. Oder richtig, je nachdem. Die erste Spielerlogik, die erste Logik eines Spielers ist ja auch immer, dass man gleich weiß, Moment, da, da wo noch Gegner stehen, war ich noch nicht. Oh, aua. Ja, kann ich gerade nicht. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Nein. Das ist ziemlich uncool, wenn man brennt. Wasser, Jungs, Wasser. Die Typen sind ja da gestiegen, Wasser. Die Typen sind auch so tot. So. So, was machen wir jetzt? Ich auch, ich auch, ich auch. Wollen wir durchgehen? Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir einfach alle Schalter auf grün stellen und dann passiert was. Ich glaube, das wird sein. Wir müssen, achso, du bist tot, Entschuldigung. Ich schätze, darauf wird es hinauslaufen, dass wir alle Schalter einfach auf grün umstemmen müssen. Wir hätten am Anfang des Dings ein Portal setzen müssen. Ah, nicht so schnell. Mr. Ninja. Tja. Jungs, sterben? Ich wiederbelebe euch, oder? Ja, okay. Vertraue ich dir mal, ne? Ich glaube, dass, wenn wir sterben, also wenn wir irgendwie, ne? An dieser Stelle wurde das dann zu, äh, äh, zu Frostaxe Solo-Adventures. Ach, guck. Oh, ja, geil. Wir sind, äh, schon auf bestem Wege. Und jetzt kommen wieder der Endboss, also der Gegner wahrscheinlich. Aber wir warten noch nicht in allen Räumen, oder? Lass uns mal erst mal gucken. Aber ist das nicht, dass dann immer, dass wir, dass das immer so ein Zwischengegner ist vielleicht? Das kann sein. Hier links können wir noch abbiegen. Lass mal links erst abbiegen. Links abbiegen. Dieser Dungeon ist völlig verwirrend, ey. Guck, da ist auch noch ein Schalter. Den haben wir vergessen. Ah. Der Monsterbau. Weck fest. Wie laut schreien? Tschüss. Oh, na? Das war mein Signaler. Fahr will. Irgendwie mag Vlad uns nicht. Vlad mochte uns im ersten... Wir haben Vlad im ersten... Oh, warte, 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 warte. Ich bin jetzt mal clever. Und zwar... So... Das war wohl mein Spiel. So, so. Q-W-A-E. Ja, hab schon. Äh, Q-F-A-E. Naja. Hab schon, steht da. Äh, das ist definitiv keine gute Idee. Äh, au, a, a, a. Das war gut. Das Portal ist irgendwie kaputt gegangen. Irgendwie riechst du grad nach Feuer. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, mein Computer geht grad in Flammen auf. Äh, was? Das letzte Let's Play mit Temla. An seinem Computer explodierte, während er tragische Magiker mit seinem Kumpel spielte. Ah, da ist ein Rieses Tentakelmonster, das irgendwen frisst. Dass man sich immer irgendwelche Sprüche aufheben will gerade, ne? Oder wenn man eigentlich Leute wiederbeleben müsste oder so. Hier kommen ja immer mehr. Äh, er sprach ja auch von Unlimited Amount of Monsters bei mir. Ich weiß nicht, ob er das bei euch auch tat. Alter, guck mal, dieses Vieh ist in den Portalen gefahren. Das ist ja lustig. Ich kann nicht. Die Murlocs versprennen mir den Weg. Da geht einfach nicht sterben. Dafür, äh, hab ich nicht genug Trust. Äh, beleben da, wie Boba, wie Boba, wie Boba. Easy. Komm auch, irgendwann. Hat nicht so ganz geholfen, was die Monster angeht, aber... Jetzt weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Kann ich nicht, ich bin explodiert. Bitte sterben nicht alle. Äh, äh, ach so, ja genau. Nein, ich hab mich verdrückt. Mach sterben, Karl. Ja, sehr gut. Haben wir professionell gelöst. Absolut. Genau so war das gedacht, ich bin mir sicher. So, was passiert jetzt? Jetzt haben wir die Tentakel weggemacht. Ach, das war die Tentakel. Wir brauchen aber drei, oder? Haben wir drei Sachen gemacht? Ja, eigentlich schon. Haben wir die Brücke runtergelassen. Wir haben die Tür, die alle am Anfang stand, aufgemacht. Aber hier oben nach links können wir noch. Hier oben nach links waren wir noch nicht. War, 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 war. Ich bin von der Brücke gefallen. Es ist äh, super. Ja, hier waren wir noch nicht. Hier wie war es noch nicht? Guckt da links, warte, warte, das können wir doch eigentlich ganz einfach machen, oder? das erinnert mich so ein bisschen an die viele da sind guckt euch das an ok der final countdown was jetzt die feine account ach du scheiße ja nicht gut um dann irgendwann falscher strahl richtiger strahl ich kann nicht vorbei da stand wer im weg super ich komme danach das ist doch ein bisschen weiter rüber und das anhalten nein 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 ok wenn ihr zu mir kommt kann ich rüberkommen glaube ich ich habe jetzt erstmal die verwirrung ist schon dass du gerade vor dem weg jetzt ein portal hier drauf so also wartet mal ganz kurz ich will das ding da hinten noch anhaben warte mal ganz kurz bitte habe ich das getroffen ich weiß es nicht da hinten war doch ein schalter den haben wir schon wieder zurück umgelegt also wir können die wieder deaktivieren die schalter das ist halt das problem warte mal kommen mit hoch ich muss das sehen haben wir das ja ok alles gut ist grün so jetzt müssen wir das ding hier kommen wir mit rüber drauf so jetzt kommen wir hier ich habe ihn hier erst mal angehalten wir müssen doch in woanders lang hat da hinten können wir auch gelangen kann wenn ich auch guck mal ich bin schon auf dem weg nach drüben jetzt ich auch was ich auch also wir sind auf dem weg du bist schon da alter die kamera dreht ihr euch auch so ab falsche taste richtige taste verwirrung gehen wir aus dem weg gehen wir aus dem weg oder ich schneide dir durch ich bin ja verwirrt so jetzt haben wir einen nämlich die ja wir haben wieder irgendwie wir haben wir da irgendeinen schalter zurück umgelegt aus versehen wahrscheinlich da kommen doch hier noch irgendwie müssen vielleicht alle schalter umgelegt da hinten der der warte 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 der hier wie soll der habe ich doch extra formlos fahren noch mal umgelegt warte jetzt können wir können wir die kamera perspektive wieder raus zu machen macht das irgendjemand mal wieder das ist wieder raus das geht hier mit doch gerade die kamera mal raus gesund ist wieder auf jeden fall geil außer wir alle mit unseren hals strahlen halt nicht bewegen wer auch immer das gemacht hat nicht bewegen machst du dir suchen noch der der am anfang fehlen noch war der war der ich jetzt zurückkommen das hat ja keinen sinn so moment ja ja mache ich doch gerade schon offen oder die fack ich habe mich irgendwo vertan ich kann nicht dein portal mit benutzen oder haben wir hier muss man ja auch falsch das sieht so lustig aus ich habe auch eigene portal oder nicht dafür dass wir nicht das ja kann ich also es kann nur ein portal benutzt werden ist das korrekt ich kann nämlich jetzt kein portal setzen obwohl ich den eigentlich richtig mache von da müsstest du ihn treffen können ja das ist aber das ist auch ein schalter der denn ich hatte das ist glaube ich aktiviert worden ja 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 gott ich kann nicht ich brenne moment ihr lebt alle müsst was machen warum verletzt ich selber weil ich sie betört habe sie sind abgelenkt glaubt doch einfach durch leute sonst geht warum laufen eine jetzt ist wieder zu wer hat es jetzt wieder zugemacht das ist timing auch nö timing sucks warte ich geh zum portal hin ja ich jetzt mach einfach gar nichts ich lebe mich mal zurück liebe leute das ist natürlich wieder der typische themenladen job der einzige den er kann aber ich meine was willst du auch machen du musst einen grünen und roten schalter umlegen ich kann nicht sehen ich kann nur auf gut glück hinschießen ich habe ihn getroffen dann kommen wir jetzt zurück da kommt jetzt wasser oben raus war das vorher so nee ne können wir das portal benutzen nee wir kommen jetzt hier wieder raus mit dem ding da mit dem hier ja sehr gut ich glaube jetzt aber ich daher ich sollte jetzt einfach aus prinzip irgendwo in den tod laufen warum denn na weil du gesagt hast du läufst mir daher da bin ich nicht hingelaufen ok also viel besser war 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 wo war wie war war danke ein bad doch zwar war völlig ohne warnung so super wer ist denn da schon wieder geschoben ich hab mir gedacht hä wieso bin ich plötzlich so schnell aber ich glaub da bin ich ich weiß nicht ah guck da wir haben wasser rausgelassen ähm das sieht sehr beruhigend aus das waren wir das war bestimmt überhaupt nicht dumm das war auch nicht dumm ja ne wenn man es nicht kann so jetzt können wir jetzt sollten wir da drüben vielleicht auch nochmal rein na gut mach mal das ist eine Idee ich komm ich komm für dich für dich das war eine etage tiefer oder oder geh rein ist wurscht ah ja ladescreen ist schon mal schön beam spells can be crossed to increase their power warum bin die in dem tod die dürfen die nicht ich hab ein bisschen sorge warum lädt der so lange hat er das vorhin auch gemacht ich weiß es nicht markien haben in gleichem maße auswirkungen auf feinde und spieler ach so das ist doch der witz des spiels liebe designer alter bei mir dauert das gerade voll lange mit dem laden das ist bei mir nicht so ok gut was haben wir jetzt getriggert das ist die richtige frage was haben wir jetzt getriggert mein nächstes ist wieder ausgegangen das ist echt gut was ist das denn bei dir hast du ein disco unter dir ich weiß nicht meine lampen du musst irgendwie mackelkontakt haben oder irgendwas auch nicht schlecht disco light hörst aber blubbern hörst du es auch blubbern ja aber das liegt daran dass wir ja vorhin das Wasser angestellt haben ja also liebe Zuschauer das ist der ladescreen von magica animiert komm wir können das doch wunderschön und charmant können wir das doch hier kommentieren das können wir übrigens tatsächlich wusstest du dass minigames während ladebalken patentiert sind und deswegen leute das nicht machen dürfen aber nur noch kurze Zeit oh jetzt ist mein magica ausgegangen und meins auch ja liebe Zuschauer meine Aufnahme hat sich schon ausgestellt liebe Zuschauer wir sehen uns gleich wieder kleinen Moment häila lau数 chau wir sehen uns gerade chargweis die